Was bisher geschah. Was ist mit euch? Seid ihr soweit? Ich will euch hören! Fünf, vier, drei, zwei, eins! Lasst den Wahnsinn beginnen! Wenn ich rausfinde, wer mir das angetan hat, könnten die Sünden, die ich dann begehe, hier alles in Schott und Asche legen. Kann man meinen Hinten dadurch sehen? Irgendwann wird dir klar werden, dass ich der Richtige für dich bin, Brooke Davis. Das schon sehr. Ich wollte einfach nur, dass du um mich kämpfst, okay? Woher sollte ich das bitte schön wissen? Solltest du einfach. Ich hab Krebs. Deine andere Mom ist auch bald tot. Du bist wirklich ein Miststück. Ich war nicht die, die Ellie weggeschickt hat. Like Hayley, der Song ist ein Hit. A loaded guy, cop that's cockin' and pullin' What? What? Wie läuft's mit Nathan? Wenn du glaubst, ich lass zu, dass du Hayley schlecht behandelst, irrst du dich. Denn wenn du das tust, dann mach ich dich fertig. Die Gefühle sind noch da. Es braucht nur seine Zeit. Bleib heute Nacht hier. Oh, ich hab so gehofft, dass du das sagst. Nicht übel. Ich glaube, du bist im falschen Laden. Du suchst doch die Schlampenboutique. Na, ihr zwei versteht euch doch ganz gut. Ich bin kurz davor, sie umzubringen, aber sonst schon. Wenn ich Cheerleader-Wrestling sehen will, dann zapp ich nachts im Sportkanal rum. Nett. Das hört mich irgendwie an. Jeder darf sich einen Typen aussuchen. Ich nehme Lucas. Ich nehme Nathan. Ich bin Skills. Wartet! Wenn du Whitey sagst, dass ich herzkrank bin, flieg ich aus dem Team. Ja, und wenn ich Whitey nichts von deinem Herzfehler sage, dann fliegst du vom Platt. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch immer noch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Okay, was zum Henker ist gerade passiert?